Und wieder ein neues Adventstürchen in unserem Adventskranz, der A und O verbreiten soll. Hier seht ihr unsere gestrickten und gefilzten Schäfchen, die ich euch ausführlich nach vielen Anfragen und Wünschen gezeigt habe, wie man diese leicht und einfach mit etwas Geduld hinbekommt. Dies sind nur ein Teil meiner Schäfchen, die ich gemacht habe und liebend gern zu Weihnachten verschenke. Und ich denke, für euch wäre es auch ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk, Wichtelgeschenk, Nikolausgeschenk, was man an geruhsamen Abenden in der Adventszeit anfertigen könnte. Auf jeden Fall wird es garantiert eine große, große Freude und Verwunderung erhaschen, wenn ihr dies verschenken wird. Oder ihr bestenkt euch einfach selber. Denn manchmal fällt es auch gar nicht schön schwer, wenn man sich so viel Mühe gegeben hat und dann kommt dieses süße Ergebnis heraus, dieses dann zu verschenken. Dann behält man es liebend gern für sich. Und er freut sich immer wieder am Anblick, was man denn selber geschaffen hat. Vielen Dank. Vielen Dank.